der würde bestimmt jetzt hochrennen, weil sein Circle wird nicht facken, das heißt, schau gleich nach oben, was unser Zugruder ist, okay, dann war noch ein Motorrad, hier meinst du, ne, wie viel, warte, 200, ne, noch ein bisschen weiter weg, aber schau immer drum herum, der wird uns schon gleich reingekommen, hast du persönlich für mich, was soll ich sagen? Achso, ja, warte, Job mir kostet alle, Job mir kostet alle, ich muss bestimmt nach oben kommen, ich will ja rein, aber jetzt weiter, ich weiß nicht, aber passen wir nicht, also der breiter Zünder ist, keine Ahnung, ne, 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 hier links, jetzt mal auf dem Berg, von, nachdem ich genau, nachdem ich da unten wurde, oder? Davor, davor, das war ein kloppen anderes Ding, oh, das war ein kloppen anderes Ding, die sind mit dem Motorrad gefahren und dann, so, aber erst mal so hinter das Scheißloch gesagt, ich mein, Lovecrank, okay, 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 fuck, Alte, warte, hast du noch gesagt, du hast reingekommen? Ich hab's gerade alles gekückelt, einfach nicht, also ich hab noch Dandelker, ja, mit solchen, nur mal dasselig fertig, oder die ja, aber ich glaub, das ist einer hier auch, der steht hinter uns, ich schau gerade auf Pir Scout, es ist ein kleiner Zill gestorben, weil ich Der war noch am Anfang des Berges, weißt du? Ja, ja. Ich wurde auch noch einmal getagged. Aber da kommt ein Level-1-Habend in Spiel, aber ein Level-1-Habend nicht Level-2. Dann haben wir gleich... ...next. Ja. Ich hab vorhin echt gefühlt, so und sein Leben. Aber man weiß ganz genau, hinter einem ist auch noch einer. Vor einem ist auch welchen. Schau mal kurz nach hinten, schau mal kurz nach hinten, wo du jemanden ziehst. Nach einer weiter. Nach einer weiter. Noch ein bisschen nach rechts, dann wäre ich wieder geändert. Du hast keine First Sails mehr jetzt, oder? Schau mal kurz nach hinten, ... und dann kann ich das... ... und dann kann ich das... ... und dann kann ich das tröseln. Huch. Das hört aber knapp. Ich muss Wache wechseln. Oh, Alter. Aber benutzt den Bedarchen. Ich bin gerade hier, glaub ich, mehr als. Oder? Ich bin sicher. Zieh. Zieh? Zieh, Junge! Du kannst da reingekrabbeln, du kannst rein krabbeln. Du hast aus den letzten Schiffen. OFF SI Ich hee. Oh, 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 ho, 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 ho. Holy shit. Holy shit. No way, dass er hinter uns so verlegt hat, oder wo du ihn abgestèilt bist, wenn du fliebingst sie zu sehen. Ich blöd, ey. ich weiß nicht ob vielleicht der motorradfahrer zu ihm gehört hat und ihn dann abgeholt hat oder so